Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Runde Bloodborne. Heute ist mit dabei Husky Love, Jack Borigard, hätte ich mich beinahe versprochen. Moin! Hallo! Und natürlich auch meine Wenigkeit, Sanfinkold. Der wird schluss mit dir aber auch nicht lachen. Nicht? Nö. Langsam, langsam, vorsichtig, langsam, da kommt schon, da kommt schon, da kommt schon, scheiße. Jetzt haut er mich auch noch. Ah, hätte man die Glocke nehmen können, egal. Jetzt wäre ich fast da weitergelaufen. Wenn du mir jetzt nicht im Wege standen wärst, wäre ich jetzt da runtergefallen. Dann geht's wieder nach oben. Ja, na, Suarez hat sich durchgebissen bei Barcelona. Hm? Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich, ne? Wenn du nicht schlafen kannst, Jack, nachher, dann mach dir einfach ein paar Pancake. Ja. Oh! 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 Kommst du jetzt auf Pancake? Pennen! 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 Wortspiel! Nicht schlafen können! Pennen! Wahnsinn! Tschüss! Wo gehst du hin? Musst du noch hochfahren? Ja. Achso! Wenn du in den Computerladen gehst und willst dir einen Laptop kaufen und der Verkäufer schwatzt dir einen Mac Air auf, bist du dann veräppelt? Ja. Hat man sich dann veräppelt? Ja. Wahnsinn. Ja. Diese Erdspieler. Oder? Ich könnte in den R junto meinen Ge님. Na, falsch gekommen... Na, da zu zweit und wie Dave... Also... war das Wohl ein paar Mal gefault... Da hat die Bayern Glück aber, auf dem Abend... wegen Bayern empresas auf dem Feld... an den Bewege in den Schopenhagen da geht die Tür gar nicht zu die Gitarre Mord Kürbensler hat gefährlich legt mich in den Däsen mit dem Fußspitzen stehst du da drauf doch passiert also doch da ging die Tür nämlich nicht zu ich hab ihn nur noch gesehen mit der Fußspitzen stand es so drauf und da ist ein kleiner Vorsprung der Streitigte quasi ab die Gitarre Munden wenn die Lampe die gleiche und Neuro wo man fängt in den Zeichen mehr Glock ist geläutert was Wiederholung war Wiederholung läuft jetzt okay das bin ich mal gespannt was ist passiert sie zu sich umgehauen habe aus versehen der wurde rausgeworfen hier bitte hier bitte hier bitte zurück und ja Entschuldigung wo gehen wir denn jetzt hin zum Boss warte es mit vier oder drei wochen ja das liegt im gucken ob diese kugel da noch rumliegen die ich nicht aufnehmen konnte wahrscheinlich nicht nur ja aber aber captain kirk hat auch hat auch scott die nicht von schiff geworfen wenn er von ihnen verlangt hat es dauert eine woche gegen kernreaktor zu reparieren kurz vorliegen drei stunden gotten was fünf stunden alles klar hätten gemacht und zwei ich will mich noch diese Kugeln aufheben? okay das ist Baby was ist ehrlich 3-0 oder war das jetzt nur? ja besser besser als ein 8-0 wow ich bin aber ziemlich nah an dem Vieh ich muss leider niedergestreckt vielleicht sollte man uns die Glocke noch ein bisschen aufheben ich habe es extra reingemacht okay ouchi 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 vorsicht zu spät oh jetzt hat sie wieder gebeamt das Vieh hinter dir nein wieso machst du so früh schon so viel Alarm das ist eigentlich normal so früh wo 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 Aua! Boah, das... also das macht... Das war... oh oh! Doppelschaden, hey! Schnell! Ich muss weg, ich muss weg! Nein, direkt vor mir! Ich kann mich nicht heilen! Ich bin tot! Ich konnte mich nicht heilen! Danke für die Glocke! Ja, du bist zu weit weg! Ich bin da hinten stehen, du da stehst! Ich konnte mich nicht heilen! Ich habe keine Chance gehabt, mich zu heilen! Ich bin zu heilen! Spielst du jetzt noch das Spiel, Pudding oder was? Ja! So, ein Quatsch! Da liegen meine Seelen, ich sehe sie! Das ist schon mal gut, wenn du es siehst, wo sie liegen! Aber du müsstest jetzt mal was tun, hey! Jetzt kommt der... ach, der kommt hoch! Der Rode kommt hoch! Ja! Siehst du was noch? Komm, wir gehen rein! Der ist schon da! Dann geh rein! Obwohl dir die Seelen haste? Ja! Glocke läutet eine finstere Glocke? Wieso läutet die immer noch eine finstere Glocke? Weil er weggegangen ist, oder? Ja! Achtung! Wenn er gehen musste! Gehst du jetzt mal in Flaw allein? Achtung! Pass auf, ne! Uah! Perfekt! Perfekt! Nein! Ich auch! Ich auch! Da bin ich nämlich draus gegangen! Wenn die doppelt sind! Ja! 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 Ey, die war... Die haben mich wieder in die Zange genommen! Sind das hier jetzt drei? Die ist bei mir! Die eine ist bei mir! Bei mir sind zwei? Oh, bei mir sind drei? Hä? Oh, Hilfe! Guten Tag! Wieder vor mir! Direkt vor mir! Ey, die sind zu dritt! Kann doch nicht sein, oder? Oh! Gott sei Dank, ey! Alter Schwede! Die sind wieder zu zweit! Oh, oh! Ich komme nicht weg! Doch, jetzt! So, jetzt aber! Eben nicht! Oh, wie? Ist das bald weg da? Ja! Oh, ich bin... Ja, ich habe es gerade fest... Leid erfahren müssen! Oh, oh! Achtung! Die baffet sich wieder! Wo ist sie denn jetzt? Da! Direkt hinter dir! Direkt hinter dir! Ja, perfekt! Jetzt noch ein... Bäm! 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 machen so und jetzt aber sind back jetzt die linie ist noch da jetzt tut sich was albtraum erschlagen eine dritte nabelschnur merkos ammer du hast eine trophy erhalten so tschüss mit dem wir trotzdem noch mal an den platz gucken wo die alte stand okay erst mal die laterne anmachen hier ging es dann jüngst mal weiter das war ja eine endlaterne oder die leute dann im jahrraum nicht sehen dass die große glocke weil ich kenne hier der schwächere charakter bin wie es müsse er mit lebensweiten und so ok jetzt weint er aber der kleine jeder ist trotzdem nix die ist einfach nur weg einfach nur weg ok ich muss ja eh bei dir erstmal den rollstuhltypen den ablehnen das angebot genau damit du und dann auch immer er sterben ich habe erstmal 198.000 seelen wieder die sind ja alle wieder da stimmt ja so so inventar verwenden ja also muss ich jetzt erstmal sterben die feuerwehr ruf die feuerwehr ruf die feuerwehr es brennt dankeschön fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat dann abonniert meinen kanal wenn ihr Bock drauf habt wenn nicht lasst es sein kommt ab und zu mal vorbei würde mich auch drüber freuen in diesem sinne gehabt euch wohl tschüss bye bye winke winke bis zur nächsten folge tschüssikowski bye 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 bye